Guten Morgen und herzlich willkommen zurück im Chaos. Ich habe seit zwei Tagen nicht gevloggt. Oh, es ist jetzt sehr dunkel. Es ist noch frühmorgens. Jetzt ist es sehr hell. Sorry für die Bedingungen. Wir haben halb acht. Die Männer sind gerade aus dem Haus. Was ihr so hört, ist Calvinus Turbo Wecker, den ich euch letztens vorgestellt habe. Den hat er neu. Den hat er zwar ausgemacht, aber der geht dann irgendwann nochmal los. Ich weiß auch nicht warum. Das waren zwei unglaubliche Nächte, sag ich euch. Unglaublich. Ich war zwei Nächte lang jeweils von sechs Uhr wach. Äh, von sechs Uhr. Sechs Uhr stehe ich auf. Von ein Uhr war ich wach. Und bis sechs Uhr oder fünf, sechs Uhr war ich wach und dementsprechend müde. Das heißt, muss ich euch mal eben abstellen. Denn, ich suche gerade Sachen raus, Bettzeug, weil wenn wir ins Geburtshaus gehen, also zur Geburt, dann schlafen meine Schwiegereltern hier. Und ich wollte den frisches Bettzeug in den Bettkasten unten legen. Und das muss ich jetzt halt gerade raussuchen. So. Das dann jetzt mal decken. Okay. Dann wasche ich das alles nochmal durch. Warte, Smurphy. So. Ein Kissen fehlt. Also eigentlich wollte ich es neu bestellen. Neue Kissen, neue Decken und alles. Ich dachte nicht, dass ich noch zwei große Decken und alles habe. Für Gäste. Habe ich aber noch. Wo ist mein Shake? Dann brauche ich das gar nicht kaufen. Oder wir. Weil ich wollte es halt wirklich frisch gewaschen in den Bettkasten legen. Ohne Hundehaare und so. Das wäre mir schon peinlich gewesen. Weil ich kann das ja schlecht planen. Also, ne. Man weiß ja ungefähr, wann der Termin ist. Smurphy, aus. Aus. Du bist fein. Man weiß ja ungefähr, wann der Entbindungstermin ist. Also der. Sechzehnte Erste bei uns. Aber so wirklich garantieren kann ich das ja nicht. Dass ich dann sage, ich wasche unsere Bettwäsche zu diesem Datum sauber. Und dann haben die halt hundehaarfreie Bettwäsche und alles. Ne. Ich versuche immer täglich das Sofa abzusaugen und die Decken auszuschütteln. Dass da nicht so viele Hundehaare sind. Und dass wenn doch irgendwas ist, dass es hier so hundehaarfrei wie möglich ist. Und sauber wie möglich. Dass die sich halt wohlfühlen, ne. Wenn, wenn die dann hier hinkommen. Aber ja. Das kann ich halt schlecht genau vorausplanen. Ich wurde gefragt, ob ich ein Rezept, also das Rezept für den Shake nochmal sagen kann. Kann ich. Ich habe es schon ganz oft mitgeteilt. Aber ich sage es euch gerne nochmal. Ich mache immer für Bernd und mich. Calvino trinkt einen kleinen, so einen Shot quasi. Und Smurfy auch manchmal. Zurzeit mache ich 10 Teelöffel Leinsamen rein. Für Omega 3. Erstens. Ist ja ganz wichtig. Omega 3 Fettsäuren. Dass man ein gutes Omega 3 zu 6 Verhältnis hat. Und normalerweise nehme ich 4 Teelöffel. Aber jetzt, wo ich schwanger bin, nehme ich 6. Dann nehme ich 3 Paranüsse. Kommen da rein. Für Selen. Dann kommen 10 bis 15 Datteln rein. Also so getrocknete Datteln. In Wasser eingelegt über Nacht. Dass sie halt nicht mehr so hart sind. Wenn die so hart sind, sind die selbst für diesen Hochleistungsmixer sehr hart. Also sehr schwer zu mixen. Der macht das. Aber ich habe dann immer Angst, dass ihm was passiert. Und den haben wir schon 5 Jahre jetzt, den Mixer. Damit kann ich Eis machen. Also gefrorene Bananen mixen. Alles mögliche. Und auf den passe ich auf. Ja, halt die Datteln. Und dann kommt da ungefähr 1 bis 1,2 Liter Wasser rein. Und das wird erstmal gemischt. Bis es so wie ein Shake ist. Und dann kommen da zur Zeit 4 reife Bananen rein. Wichtig ist, dass sie reif sind. Dann sind die schön süß. Und machen keine Verstopfung. Viele fragen immer, ob ich Verstopfung habe. Oder wie. Weil wir so viele Bananen essen. Das seht ihr auch immer in der Küche. Da sind immer viele Bananen. Halt, dass sie reifen können. Wenn man die kauft, dann sind die meistens grün. Oder so hellgelb. Und dann sind die echt nicht reif. Dann muss ich erst die Stärke in Zucker umwandeln. Dann sind die süß und verstopfen nicht mehr. Das erkennt ihr daran, wenn ihr die braunen Punkte bekommen. Ich glaube, jeder braune Punkt ist ein Insektenstich oder so. Ich weiß es nicht genau. Ob es stimmt. Ich habe es mal irgendwo gelesen. Vier davon. Und dann kommen Tiefkühlfrüchte meiner Wahl rein. Entweder Erdbeeren oder rote Früchte. Oder Ananas. Oder Heidelbeeren. Habe ich auch schon gehabt. Ja. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Tiefkühlfrüchte. Da müsst ihr mal gucken. Wir holen die entweder bei Aldi. Oder Lidl. Also ich habe halt ganz gerne. Ich gucke auf die Rückseite der Tiefkühlfruchtseite. Und da steht dann, was drin ist. Und ich habe die halt gerne so ohne Aromastoffe. Und so halt wirklich nur so zum Beispiel nur Himbeeren. 100% Himbeeren. Und ja. Davon mache ich dann ungefähr 350 Gramm da rein. Und die kommen als letztes oben drauf. Und dann müsst ihr schnell mixen. Weil wenn ihr das dann erst stehen lasst mit dem Wasser. Dann bildet sich oben halt durch diese Tiefkühlfrüchte. Entschuldigung. So eine richtige Eisschicht. Und dann wird es schwer die zu mischen. Deswegen sofort mixen. Und ja. Dann kommt hier so was Feines. Wir haben heute Ananas und Erdbeeren drin. Genau. Und das trinken wir seit Jahren fast jeden Morgen. Sonntags meistens nicht. Weil wir da so Familienfrühstück machen. Da haben wir Zeit. Da machen wir uns hier so Bacon und Ei und Brötchen. Mal vom Bäcker. Mal backen wir die auf. Saft und Ananassaft und Orangensaft und so. Und ja. Aber den Rest der Woche gibt es das als Frühstück. Genau. Das wollte ich euch sagen. Dann. Sorry, dass ich so fertig aussehe. Habe ich euch ja gerade schon erzählt. Dass ich schlecht schlafe seit einigen Nächten. Deswegen nicht gevloggt habe. Weil ich mich echt nicht aufraffen konnte. Dann hatten wir gestern Termin bei der Hebamme. Da ist alles gut. Ich bin ja jetzt 34. Schwangerschaftswoche. Nächste Woche fängt die Akupunktur schon an. Wir haben einen Zettel bekommen. Was wir alles zur Geburt mitbringen müssen. Und ich habe euch ja schon erzählt, dass wir so dabei sind. Alles zusammen zu suchen. Und ich hatte eine Liste geschrieben. Da hatte auch die Elvira mir geraten. Schreib dir eine Liste, wo du abstreichen kannst. Das habe ich schon gemacht. Und das meiste ist jetzt tatsächlich da. Zusammen gesucht. Ich sehe echt wüst aus. Sorry. Ich gehe gleich erst mal duschen. Ja, das meiste ist da. Und jetzt hat Bernd drängelt der Bernd, dass ich halt alles einpacke in eine Tasche. Dass es wirklich alles fertig ist. Und ich scheu mich noch so davor, das in die Tasche zu packen. Ich weiß auch nicht warum. Ich habe halt jetzt die Babysachen alle gewaschen. Ich bräuchte es nur noch einpacken. Und Bernd hatte auch eine Notfallversorgung schon, hat er geholt. Also sowas wie kleine Colaflaschen, kleine Fanta-Flaschen. So kleine Snacks, Keks und so hat er immer, wenn er irgendwo was gesehen hat, dann schon mitgenommen. Dass wir, falls wir Hunger bekommen während der Geburt im Geburtshaus, was ich nicht glaube. Aber das hat bei Calvino auch überhaupt gar nicht, da habe ich überhaupt nicht an Essen gedacht. Oder ich hatte Durst. Hatte aber überhaupt keine Kraft oder Zeit zwischen den Wehenpausen zu sagen, geht mir mal trinken. Deswegen habe ich Bernd jetzt instruiert, immer trinken anbieten. Ich hatte gefühlt eine Wehe nach der anderen bei Calvino am Ende. Und ja, mega Durst. Und ja, sowas hat Bernd halt schon zusammengesucht. Und wir haben gesagt, das packen wir einfach schon mal ins Auto. Dieses Notfallkehrpaket, dann ist es schon mit dem Auto. Das muss man dann halt nicht mehr mitschleppen, wenn wir los müssen. Allerdings sieht unser Auto aus wie Sau. Also wir sind ja umgezogen, wie ihr wisst. Und wir hatten ein Umzugsunternehmen, aber so einige Sachen haben wir dann doch mit dem Auto transportiert. Und ich habe es auch nochmal sauber gemacht, aber weil wir ja die Wohnung noch länger hatten, als wir schon hier umgezogen sind, sieht das Auto aus wie Sau. Und ich mache es heute einfach nochmal sauber. Deswegen ist jetzt der Plan. Ich mache ein bisschen hier grob den Haushalt, gehe duschen und gehe dann mal das Auto sauber machen. Das mache ich am Laden, weil das da einfach besser ist mit dem... Also dann kann Bernd mit dem Smurfy und ich gehe das Auto sauber machen. Und ich muss auch noch in der Stadt ein paar Sachen erledigen und so. Also ja, und ich wünsche euch einfach ganz viel Spaß bei diesem Video. Wir lassen den Tag wieder auf uns zukommen. Ich weiß nicht, wenn ich Vlogs schaue von anderen, dann ist es immer so total strukturiert. Und die sagen so morgens in die Kamera, ja, wir machen heute das und das und das. Und dann weiß man schon, was man sieht in den Vlogs. Und bei mir ist es immer, das ist der Plan, aber ich weiß nicht, ob es wirklich dazu kommt. Oft ist der Plan dann anders. Und deswegen, sorry, also wir sind halt ein bisschen chaotisch. Soweit ist alles erledigt. Ich bin wieder zu Hause. Das ist jetzt schon einige Stunden später. Es ist jetzt schon ein Viertel nach eins oder so. Mittagspause. Und Bernd ist jetzt eben mit dem Smurfy spazieren gegangen. Und ich räume hier den Einkauf aus. Also wir waren gestern schon Großeinkauf im Real machen. Und hatten aber einige Sachen nicht bekommen. Und deswegen war Bernd, bevor Mittagspause war, eben noch im Aldi. Und ich habe das geholt. So Kohlrabi, Pilze. Oh, ist das hell, ne? Da, Pilze. Dann haben diese Woche Pizza machen wir selber. Und deswegen brauchen wir immer Pilze dafür. Ja. Und zu essen, eigentlich wollte ich heute schön Kohlrabi-Gemüse machen. Aber, weil wir jetzt so lange, also so spät komme ich erst nach Hause. Deswegen, ähm, was wollte ich jetzt sagen? Deswegen haben wir uns jetzt einfach eine Pizza reingehauen. So, ich räume jetzt alles weg. Und den Kamin muss ich wieder anmachen. Der ist aus, weil ich so lange weg war. So, und die Putzlappen vom Laden hier, die muss ich waschen. So, dann bringe ich die schon mal hier in den HWR. Zack. Die ist auch fertig, die Maschine. So, ich hatte die ganzen Couch-Decken alle mal gewaschen und getrocknet. So, die lege ich jetzt nur so. Oh. Die habe ich jetzt nur so hingelegt. Mache ich gleich nach dem Essen. Aber schon mal die nächste anmachen. Die Bettwäsche, das Bettzeug, was halt dafür da ist, wenn wir uns Eltern hier schlafen. Wollte ich schon mal waschen. Alles dauert ja auch, alles. Die Murmel, die Murmel. Und die tritt so viel heute, die Livia. Meine Güte. Okay. Wenn die aus dem Trockner kommen, die Decken, dann sind die so richtig schön flauschig, sage ich euch. Richtig angenehm. Ich liebe das. Salzbier hat der Bernd mitgebracht. Fürs Wochenbett ist das. Weil ich ja, ja, wenn ich still und so, soll das ja helfen. Und das ist die Tüte, die ins Auto kann. Das Auto ist fast fertig. Sauber. Allerdings. Ausrede. Meine Ausrede. Der Akkusauger war leer. Ich konnte den Kofferraum nicht zu Ende saugen. Deswegen muss ich noch mal ran. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Wie ihr unschwer erkennen könnt, ist es schon Abend. Und ich habe den ganzen Nachmittag, nach der Mittagspause hier mit Bernd gechillt auf dem Sofa. Mit Smurphy. Der chillt immer noch. Wir haben hier gespielt. Also ich lag die ganze Zeit da in der Ecke, habe mich zugedeckt. Und Smurphy hat hier seine ganzen Dinger geschrümmelt. Ich mache mal ein bisschen Licht, ne, weil. So, dann seht ihr auch besser. Ja, und ich habe Fernsehen geguckt. Outlander habe ich weiter geschaut. Und ich war einfach müde. Sorry. Ich starte immer voll motiviert morgens, obwohl ich halt auch oft schlecht schlafe. Ja, und dann mache ich voll viel im Haushalt und so. Und gehe mit dem Smurphy spazieren und so. Weil ich dann halt voll die Kraft noch dafür habe. Und dann am Mittags. Ja, und die Hebamme hat gestern gesagt, was ich jetzt habe, also im Geburtshaus, die bei der Vorsorgeuntersuchung, das sind nicht mehr Übungswehen, das sind jetzt Senkwehen. Das ist bloß, du kleiner Schrammel. Du bist müde, ne? Das sind Senkwehen. Und das ist auch schon runtergerutscht, das Baby. Also es hat noch Platz, es muss noch weiter rutschen. Aber es ist auch schon gerutscht. Du bist so süß. Ja, und daher kommt meine Betonkugel-artige Bauchanfüllung. Ja, egal. So, ich mache jetzt Abendbrot. Der Bernd kommt gleich von der Arbeit. Und Calvino kommt gleich nach Hause. Der war nämlich auch unterwegs den ganzen Nachmittag. Und ihr wisst, wir machen jetzt immer so Abendbrot halt mit Brot richtig. Und so belegte Brote halt so wie früher. Ist voll in Mode, habe ich mir sagen lassen. Das kommt wieder. Und manchmal gibt es halt ein Süppchen dabei. Und da wir gestern einkaufen waren, haben wir mal solche mitgenommen. Die Buchstabensuppe. Natürlich wäre eine selbstgekochte wesentlich gesünder und schmackhafter. Aber so auf die Schnelle ist es ganz schön. Und die mögen wir alle sehr gerne. Drei Teller. Mal gucken, ob wir da mit hinkommen. Und ich fange jetzt an, hier Gemüse zu schnibbeln und so. Calvino steht ja total auf Kresse. Dem haben wir Kresse mitgebracht gestern. Und ich zeige euch gleich einfach mal den gedeckten Tisch. Smuffy, geh aber auf deinen Platz. Oh, das ist gut. Ein Stück Kohlfrau, die für dich. Ja. Hast du es schon mit mir? Wir knabbern total gerne abends mit dem Abendbrot auch so Gemüse. Und wir sind immer auf der Suche nach neuen Sachen, die wir mögen. Weil sonst haben wir immer nur Paprika und Radieschen. Und vielleicht auch noch Kohlrabi. Jetzt haben wir gestern mal hier so Rettich mitgenommen. Mit Salz und Pfeffer schmeckt das sehr gut. Calvino isst sehr gerne Porree. Einfach so dabei. Dann haben wir noch Maiskölbchen und Silberzwiebeln. Und ja, das essen wir entweder so. Oder Möhrchen kann man auch noch dabei machen. Oder mit Hummus gedippt. Oder Aioli oder wie auch immer. Und einfach ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und ich sage euch ja immer, wenn ihr das so anrichtet, dann mögen das auch die Kinder. Also die greifen dann einfach zu. Also hier ist die Gemüseplatte. Die habt ihr schon gesehen. Und dann haben wir, ja, habe ich euch alles schon gerade erzählt. Halt verschiedene Brotsorten. Hier haben wir so Paderborner. Und nochmal Paderborner mit Toast. Das ist vom Galpingson Brot. Das sind einfach so Bauernschnitten. Aioli, Schmelzkäse, Kresse. Die Kresse macht Calvino sich zurzeit total gerne auf diesen Schmelzkäse. Hier haben wir verschiedene Aufschnitte. Ja, und für jeden einen Teller. Und ein Schälchen. Die Suppe dazu. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Vielleicht diesen Aschereimer da bestellen. Da hinscheln wir nicht. Nein, hab ich noch nicht bestellt. Mach ich gleich. Und das wird echt einiges erleichtern. Und dann macht man dann die Asche. Warum? Ja, die macht man dann in den Ascheeimer. Aber dann kann man die Asche von dem Ascheeimer in die Aschentonne draußen machen. Dann muss man nicht mehr hier in so eine doofe Plastiktüte reinmachen. So. So, so, so. Oh, scheiße. Ja, der Sack gelassen. Müllsack mit der Asche. Willst du dir helfen? Keine Arbeit hat. Ja. Ich weiß, dass man. Ja. Also jetzt ist das passiert, dass ich wirklich gleich diesen Ascheimer bestelle. Tada. Ja. 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 Okay. Smurphy, ich kriege noch einen Fetzkalender. Ja, der ist ein bisschen, die fallen dann immer raus, die Leckerchen. Ja, kann auch raus. Oh, ich bin nicht gestoßen. Er sagt, er ist bereit. Er wartet nur auf dich. Fältchen. Ja. Kennen die dir? Er ist ja nicht sehr wählerisch. Wie viele sind da drin eigentlich? Was ist das? Wieder diese Lungendinger? Wollen wir nicht sicher, ich glaube schon. Nein. Jetzt kannst du hier noch aufräumen, deine ganze Wolle, die du wieder verteilt hast. Ja, wenn es Kalender ist genau so ein Ding sind. Ja. So, dann müssen wir noch Schulbrote einpacken, ne? Bernd muss noch so ein Shake trinken. Und ich gehe einmal jetzt nach dem Kaminen gucken, ob der jetzt feuert. Nee, Smurphy, jetzt ist alle. Jetzt ist alle. Ja, morgen wieder, du armes Wesen. Armes, armes Wesen. Komm. Hier. Hi. Hi. Es glückt. Schön. Geh mal weg jetzt. Hör auf. So, guten Morgen erstmal. Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, es ist der nächste Tag. Ich habe gestern nicht mehr weitergevloggt. Nein, aus. Hör auf. Weil wir alle einfach eingeschlafen sind. Wir waren total müde. Und ja, egal. Deswegen vlogge ich jetzt noch ein bisschen für euch. Weil sonst ist es, glaube ich, ein bisschen zu kurz, das Video. Ich weiß es nicht genau. Sehe ich nachher, wenn ich die Videos hochlade. Also, entschuldigt mein Aussehen. Ich bin halt gerade aufgestanden. Und da ich ja nachher auch wieder weiter vloggen wollte für das neue Video, was ihr dann morgen seht, mache ich jetzt erst ein bisschen hier weiter werkeln. Ich habe oben aus dem Büro diese große Kiste geholt. Ihr wisst ja immer noch nicht alle Kisten ausgeräumt vom Umzug. Und ja, ich habe mir halt vorgenommen, jeden Tag ein bisschen zu machen. Und das kann ich am besten morgens direkt nach dem Aufstehen, wenn die Männer aus dem Haus sind. Weil dann habe ich so noch meine Ruhe. Der Smurphy ist gelaufen. Und ich habe noch nicht so dolle Wehen. Senkwehen oder Übungswehen oder was auch immer. Deswegen mache ich das jetzt direkt. Und das sind jetzt gerade hier so Schals und Mützen und sowas. Und hier diese Kühltücher, die wir immer für den Sommer haben. Boah, ich habe ein bisschen aus dem Atem, weil ich so Treppen runtergelaufen bin. Die habe ich euch schon mal verlinkt. Die sind richtig klasse, wenn es heiß ist. Die macht man nass mit kaltem Wasser. Und dann schleudert man die so. Und dann kühlen die den Körper. Und wenn die halt wieder warm werden, wenn wir die Körperwärme angenommen haben, dann schüttelt man die einfach wieder. Und dann sind die wieder kühl. Und das ist mega praktisch. So. Und deswegen muss ich immer wissen, wo die sind, wenn es heiß wird, dass ich die wieder habe. Und das sind jetzt alles so kleine Taschen. Achso, ihr habt gesehen, dass ich den Kamin geputzt habe. Ihr habt mir ganz viele Tipps gegeben. Der meiste Tipp war, dass ich den mit Asche die Scheibe reinigen soll. Und das geht auch. Allerdings ist es sehr zeitaufwendig. Ich wollte dann mit der Asche, habe ich versucht, die Scheibe einzuweichen. Ja, dass halt dieses Ruß erstmal einwirken kann oder so. Aber das hat nichts gebracht. Also da hätte ich gerne nochmal einen genaueren Tipp. Wie macht ihr das? Dass es einfach schnell abgeht. Also es geht ab, aber es ist sehr zeitaufwendig, dieses Schrubben. Und deswegen haben wir noch diesen Backofenreiniger jetzt verwendet. Und ja, dann habt ihr gesagt, dass man soll auf jeden Fall richtiges Holz verwenden. Und nicht diese Pressholzbriketten oder wie auch immer die heißen, die wir da jetzt haben. Und ja, möchten wir auch. Allerdings haben wir jetzt was gesucht, einfach was schnell geht. Und wir probieren uns noch ein bisschen rum. Während es, wenn es schön ist, also schönes Wetter in Anführungsstrichen. Wetter ist, holt der heute Nachmittag Holz ab. Da wurde ein Baum gefällt. Und ja, das Holz sägt er dann klein und holt das ab und bringt das hier hin. Und dann muss das ja erstmal, wenn ich mich recht erinnere, zwei Jahre lagern, oder? Ein frisch gefällter Baum, der muss zwei Jahre erstmal lagern, damit das Harz irgendwie, keine Ahnung, verharzt oder so. Ich weiß es auch nicht so genau. Genau, schreibt mir mal eure Erfahrungen bitte in die Kommentare. Ich hatte auch ein, zwei Kommentare, dass ich halt nicht auf eure Tipps höre und so. Das stimmt nicht. Ich probiere das schon alles aus. Nur wenn ihr mir den Tipp gebt, irgendeinen, jeglichen Tipp. Die Videos sind zwei Wochen Zeit versetzt. Das habe ich schon mal erzählt, weil wir ja im Januar einen Entbindungstermin haben für unser Mädchen. Und ich weiß nicht, wie es uns danach geht. Ich hoffe, es geht uns gut. Und wir können direkt weiter vloggen und schneiden. Aber ich vermute, dass uns die Entbindung richtig aus der Bahn werfen wird. Und halt die Ankunft unseres Babys. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass ich es vielleicht nicht schaffe. So, also schon vloggen, das schaffe ich. Die Kamera hochzuhalten ist das Problem. Aber das Schneiden halt ist manchmal recht zeitaufwendig. Und das würde ich dann halt im Nachhinein alles schneiden. Dass man erstmal ein, zwei Wochen ankommt. Und deswegen habe ich jetzt Zeit versetzt, die Videos. Dass ich halt Material habe, dass ihr nicht zwei Wochen gar keine Videos habt. Sondern halt wenigstens ein bisschen. Und ja, natürlich werden wir dann die Geburt auf Instagram bekannt geben. Also da ist es halt dann nicht zeitversetzt, sondern in real time ist Instagram und Facebook. So, und jetzt gucken wir mal. Da oben wollte ich jetzt über die Garderobe die Kiste hinstellen. Ich weiß allerdings nicht, ob sie passt. Genau, so geht doch. Dann kann man nämlich, wenn man was braucht, die Kiste einfach runter holen und sich das da rauswurschteln. Auch noch Handschuhe. Meine Güte. Seht ihr, das ist nämlich alles immer einfach nur hier so draufgelegt. Und da muss man ja alles immer runter holen. Jetzt merke ich jetzt erst, dass da so viel oben drauf liegt. Dann wieder runter unsere Kiste. Und das auch noch einräumen. Bernds Mütze lasse ich hier. Die zieht mir nämlich öfter an. Alles klar, so. Und jetzt haben wir hier noch, das ist Bernds Meisterbrief. Den wollten wir endlich mal einrahmen und aufhängen. Hier haben wir noch so eine Lampe. Da wollte ich mal gucken, ob ich da noch Verwendung für habe. Meine Buchhaltung vom letzten Jahr. Die muss man ja verwahren. Ja, das ist noch so Resteholz. Das wollte ich verfeuern. Und Regaleinlegeböden. Ja, was man halt alles immer so, so Geschrömmel halt einfach. Ach, ich als Baby. Müsste. Steht nicht drauf. 1982 müsste das gewesen sein. Vielleicht auch 83, weil ich ja im Oktober geboren bin. Ja, und unser Uroma Fleischwolf. Den hat Bernd mal von Ebay Kleinanzeigen geholt. Und da wir ja noch Spritzgebäck machen möchten, habe ich den jetzt direkt mit runtergebracht und bringe den gleich in HWR. So, ich wollte jetzt hier den Vlog beenden, denn ich werde mich jetzt hier hinsetzen, meinen Shake trinken und den Vlog schneiden. Und ja, dafür muss ich ihn halt beenden. Und dann werde ich ja gleich auch den Vlog für morgen anfangen. Ich danke euch also fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!